Ein. Okay, steige ich ein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen den Panels. Die erste Folge 2024. Wir sind quasi jetzt schon wieder in der Zukunft und bei mir ist mein Zukunfts-Buddy Ingo. Ingo, wie geht's dir? Ja, moin moin Thilo, grüß dich. Hi. Mir geht's sehr gut. Bisher war das neue Jahr ganz angenehm und habe auch ganz gut schon ein bisschen was lesen können. Da gehen wir heute auch drauf ein und ich hoffe, dir geht's auch gut, dass du gut ins neue Jahr reingekommen bist, wie hoffentlich auch alle, die hier reinhören und zuschauen, eventuell auch über YouTube. Dass man da ganz, ganz entspannt ohne irgendwelche, keine Ahnung, Pyro-Verletzungen oder anderen Kram oder über Fressen von irgendwelchen Raclette-Orgien oder so ins neue Jahr gekommen ist. Ja, nee, auf jeden Fall. Hat ganz gut geklappt. Ich bin auch guter Dinge jetzt. Wir haben Samstag, 14.45 Uhr zum Start unserer Aufnahme heute. Und genau, ich bin auch ganz entspannt reingekommen. Gott sei Dank war es hier bei uns am Dorf ein bisschen ruhiger mit der Pyrotechnik. Das ist immer ganz gut, weil wir haben ja einen Hund und für den ist das nicht so die tollste Nacht, sage ich mal, des Jahres. Aber da waren sie bei uns noch relativ gnädig mit. Und als dann meine Frau, die hat ja gearbeitet, die hatte Spätschicht im Krankenhaus und als die dann gegen halb neun zu Hause war, ab dann war es auch noch besser. Wenn eine Mami da ist, dann war auch relativ entspannt, dann ging das alles. Ich kann das für das Tier absolut verstehen. Also das ist natürlich wirklich krass, was da manchmal so an Geräuschkulisse dann durch Pyrofeuer, also Technik und Feuerwerk und so allgemein so kommt und dass die Tiere dann das nicht so geil finden. Ja, haben wir auch schon so Beispiele mal in der Familie gehabt mit Hunden, wo ich nachher auch dachte, oh ey, da herrscht ja so eine krasse Panik, ey, das ist, ja. Ja, ja. Dann lieber entspannt, genau. Ja, du Ingo, lass uns doch mal so ein bisschen, weil wir haben uns ja tatsächlich dann auch seit unserer letzten Folge, die wir zwischen den Jahren aufgezeichnet haben, haben wir uns ja auch kaum gesprochen, ja, wir waren ja irgendwie beide und vor allem du warst ja quasi Mr. VIP-Prominent nur weg auf Action und sehr kaum gesprochen. Deswegen würde mich und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch brennend interessieren, was du so die letzten Tage, was hast du so zuletzt gelesen? Ja, also zum einen halt den dicken Weltzer, den wir heute hauptthematisch noch besprechen werden, aber da kommen wir dann später noch drauf zu. Äh, ich hab von, ähm, Zauberstern-Comics, hab ich die dritte Heft-Ausgabe von Van Helsing gelesen, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die auch so einen gewissen, ähm, Story-Part da drinne zum, äh, also erstmal abschließt. Es gibt ja so einen ganzen Part mit Liesel Van Helsing, die ja der, äh, Hauptprotagonist, äh, dieser ganzen Geschichte ist und, äh, mit Dracula als Antagonisten, ähm, endet in dem dritten Heft dann erstmal die Story, ne, quasi Van Helsing versus Dracula. Und, ähm, ähm, ja, in, 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 in den weiteren Stories da drinne wird dann halt etwas Neues aufgemacht. Ich zeig den auch kurz einmal hier hoch. Dann haben wir den einmal hier auch für diejenigen, die auf YouTube zuschauen. Also, ähm, auch vom Cover her finde ich sehr, sehr geil, sehr, sehr cool. Hat so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, für alle, die Buffy kennen, ähm, was hier so als Gegner auf uns zukommt, äh, und auch ins nächste Heft, in Heft Nummer 4, dann weiter fortgesetzt wird. So ein bisschen was aus Staffel 4, äh, mit, mit, mit jemandem, der so aus mehreren Teilen zusammengebaut wurde, so quasi Leichenteile und Robotertechnik. Äh, also ganz, ganz cool. Dann hab ich noch, äh, Alien Tauwetter gelesen, war auch sehr, sehr cool. Da erzähl ich jetzt aber, glaub ich, nicht so viel, weil ich da mehr Lust hab, nochmal separat dazu zu sagen. Und, ähm, jetzt ganz frisch hab ich, äh, Cuttermount Album Nummer 2 gelesen, vom Splitter Verlag. Ein, äh, eine Reihe, die bisher aus vier Alben besteht, äh, das ist jetzt Album Nummer 2. Ich muss grad kurz gucken, der Zug der Verdammten heißt das Ding. Und, äh, ist eine Western-Serie, äh, ist halt so typisch Rache-Western, technisch angesiedelt. Und erzählt uns die Geschichte eines, ja, jungen Mannes, der Cuttermount heißt. Der, äh, wurde, wo er noch ganz jung war, fast mal von einer Wildkatze gefressen. Die heißen dort Cuttermount, äh, wurde quasi gerettet und, äh, von einer neuen Familie aufgenommen, weil die eigentliche Familie von ihm überfallen und, äh, massakriert wurde. Also, die wurden alle getötet und jetzt ist er bei dieser neuen Family, hat da ein neues Heim gefunden. Die haben den großgezogen und hier haben wir jetzt nicht mehr so die Jugendjahre, sondern, äh, der ist schon eher so auf erwachsenem Pfaden unterwegs. Und, äh, was hier so passiert mit seiner Familie ist ein ganz, ganz großer Einschnitt, also mit seiner neuen Familie in seinem Leben. Und, äh, wie, was hier drin passiert, ich fand's genial. Also, ich glaube, so Western-Fans, die so ganz gerne so Rache-Western lesen, die werden da auch auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Und, äh, ja, ich freu mich schon auf Album 3 und 4. Und, ähm, ja, dann glaube ich sogar auch noch auf mehr. Das wird, glaube ich, auch noch weiter fortgesetzt. Ja, das ist so der ganz kurze, schnelle Jahres-Round-Up gewesen. Ich hoffe, das war jetzt nicht so lange. Ja, also, ich, äh, hab ich mich jetzt gar nicht so, boah, hast mich jetzt voll hier überschlagen. In der, in der Kürze so viel Inhalt, äh, was du alles rausgehauen hast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut. Ähm, ja, ich, äh, würde dir auch noch gerne erzählen, was ich zuletzt gelesen habe. Denn ich hab, also, unter anderem, also, ich mach jetzt nicht so wie du, hol irgendwie alles aus dem, äh, aus dem Koffer raus. Aber ich hab eine Sache, von der ich gerne erzählen möchte, äh, die mich nämlich total, ähm, überrascht hat, äh, positiv. Also, ich, ähm, hab mir vorge... Ich, ich hab einem, ein meiner vielen Neujahres-Vorsätze ist, ich möchte ein bisschen mehr, ähm, bei Marvel, äh, aktuelle Serien mitlesen. Also, auf, versuchen, auf Up-to-Date mitzulesen. Das ist so eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Weil sonst, als Omnibus-Leser bin ich ja eher immer so der, ne, der eher einen etwas zurückliegenden Run komplett, äh, irgendwie durchliest. Und ich möchte aber auch noch so ein bisschen ein paar mehr Serien im Monatsturnus mitlesen. Da hab ich letztes Jahr mit so ein paar Sachen schon begonnen, wie Venom von Earl Ewing oder so, ne. Und, ne, weißt du ja auch, ich hab ja immer die, äh, auch so wie du, die Alien-Serien, äh, und, ähm, Predator und sowas mitgelesen. Ähm, und ich, äh, so war ich so ein bisschen auf der Suche nach irgendwie was, was man irgendwie noch so ganz gut anfangen kann. Da bin ich auf eine Sache gestoßen. Tatsächlich in einem Best-of-Video, was der Nierman-Condition gemacht hat. Der macht auch quasi sowas Ähnliches, wo der dann irgendwie so ganz viele YouTuber einlädten und jeder darf irgendwie sein Jahreshighlight vorstellen. Und da bin ich auf eine Sache gestoßen. Und zwar die Incredible Hulk. Und das ist die neue Serie von Philip Kennedy Johnson und gezeichnet von Nick Klein, die quasi nach dem Donny Cates, äh, Ding spielt. Und, äh, ja, das Donny Cates, äh, Teil ist ja so, wird ja so ein bisschen kontrovers, ähm, auch durchaus ein bisschen negativ aufgenommen. Ich hab den noch nicht gelesen. Das spielt quasi hier danach. Und, ähm, das waren jetzt hier beim, also ich hab jetzt die ersten vier Issues davon gelesen. Und, Alter, mich hat das komplett weggehauen. Das ist einfach so geil. Also für die Fans, die den Horror-Aspekt von, äh, dem Immortal Hulk gefeiert haben, ist das mega, ne? Also ich hab auch das Gefühl, ohne, also ist natürlich jetzt doof zu sagen, weil ich eben Donny Cates nicht gelesen hab, aber ich hab halt das Gefühl, dass Philip Kennedy Johnson einfach irgendwie den Donny Cates-Teil ignoriert und eher an den Immortal Hulk ansetzt. Weil für mich hat sich das, und ich mein, es ist jetzt nicht so lange her, dass ich den Omnibus, äh, gerereadet hatte, ne? Und, ähm, das hat sich für mich schon sehr organisch darauf aufbauend angefühlt, weil da wird auch direkt von der Green Door geredet und so, die eine Rolle spielt, äh, bei, äh, dem Immortal Hulk halt auch, ne? Mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten und so. Und, ähm, also was halt wirklich geil ist, muss ich mal sagen, also du hast halt diesen, alleine das Artwork, ja, von Nick Klein ist halt echt brutal. Ich kann mir so ein paar Sachen hier rein zeigen. Ich weiß, es spiegelt ein bisschen mit der Kamera, aber ich will zumindest, ich will euch, ich will dir einmal zeigen, wenn der Hulk das erste Mal auftaucht, ey. Äh, äh, sieht so episch aus. Ähm, es, also es ist auch ultra brutal. Man kann, ich, ich kann jetzt irgendwie nach diesen wenigen Issues noch gar nicht so viel zur Handlung sagen. Ich versuch's trotzdem gleich mal. Ähm, auch brutal. Aber gerade... Man, man merkt, man merkt alleine durch das eine Bild gerade irgendwie diese Alien-Anleihen aus den Sachen, die ich so kenne. Das ist schon... Das ist, das ist auch geil, oder? Also, es geht irgendwie, also, äh, ich hab halt das Gefühl so, ähm, Bruce Banner Hulk zieht eher so mittlerweile, hat's, man hat's ja eben so ein bisschen gesehen, wie so eine Art, also auf dem Status eines Landstreichers irgendwie so durch, äh, durch die Gegend. Und, ähm, dann macht eine Art Sekte oder Kult mit Monstern und sowas, fängt an, Jagd auf ihn zu machen und gleichzeitig taucht ein kleines Mädchen auf, das irgendwie aus ganz schlimmen Verhältnissen kommt, was, glaub ich, irgendwie auch, ne, so irgendwie vom, vom Vater misshandelt, gequält wurde oder sowas. Und das, ähm, selber auch deswegen ein Wut-Aggressionsproblem hat. Und das, äh, ja, hängt sich sozusagen an, ähm, Bruce Banner Hulk ran, sozusagen, ne. Und gleichzeitig, und das finde ich tatsächlich eine mit der spannendsten Sachen jetzt so in diesem frühen Stadium, ne, also gefühlt ist hier erst noch so, die ersten Grundplots sind erst platziert zum jetzigen Zeitpunkt. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass hier, äh, im Gegensatz zum Immortal Hulk, der Hulk und Bruce Banner ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis haben. Ähm, also im Sinne von, ja, der Hulk hasst Bruce Banner, so, ne. Also vorher war das ja eher so eine Art irgendwie, ja, irgendwie so eine Art brüderliche, ich weiß, ich kann's gar nicht so richtig beschreiben, aber irgendwie der Hulk hat sich schon irgendwie, also, äh, hatte schon so eine Art Beschützerinstinkt für, für Bruce Banner und sowas. Und jetzt ist es eher anders. Ja, und das ist, ähm, das verleiht dem Ganzen halt eine noch düstere Note. Ähm, und ja, was ich auch spannend finde, im vierten Heft trifft man dann, äh, auf, äh, Man-Thing, so heißt, glaube ich, das Äquivalent zum Swamp Thing im Marvel-Universum. War für mich auch eine Premiere, hatte ich vorher noch nie was mit zu tun. Ähm, ist, glaube ich, irgendwie so ein Zweiteiler. Ich glaube, das ist dann mit, wird mit Issue 5, äh, was dann, was ich dann nächsten Monat bekomme, ähm, wird das abgeschlossen. Aber bislang, also, das ist so ultra schnell gepacet, das ist so geil gezeichnet, das ist super brutal und düster. Also, ich finde, das geht noch mehr in so eine Horror, klassische Horror-Richtung. Also, Body-Horror, Klassik-Horror so hin. Ähm, ey, also, das ist, also, wenn, wenn irgendwann mal ein Paperback oder so davon angekündigt wird, Incredible Hulk, ey, dann wäre das eine ganz, ganz dicke Empfehlung. Also, ich hatte hier mega Spaß damit. Ähm, also, ich habe generell so ein paar kleine Serien gelesen, die ich alle echt nice fand. Ich habe zum Beispiel auch die, äh, 2023er gestartete Blade-Serie gelesen. Die war auch cool, ne? Also, hat auch Bock gemacht. Aber das hier war echt jetzt so mein Highlight. Ja, du, du hattest das ja schon in unseren persönlichen Gesprächen schon mal angedeutet. Ich soll da mal die Augen aufhalten, ne? Wenn der irgendwo auftaucht. Ich habe mir dann danach, nach der Nachricht, dann direkt auch mal die Panini-Vorschau geschnappt und geguckt. Aber bisher ist da soweit noch nichts, äh, noch nichts gelistet. Aber gut, wenn, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Verspätung kannst du die Issues lesen? Halbes Jahr oder sowas? Ich lese immer ein halbes Jahr später, ne? Also, okay, okay. Wenn man ein bisschen mehr, also jetzt für dich oder auch für unsere Zuhörer, Zuschauer, noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte. Also bin ich selber gestern durch Zufall drauf gestoßen. Äh, unser sehr geschätzter Kollege, der Comic-In, Nico, lieben Gruß, hat, äh, vorragende Videos jetzt bereits zu diesem Run gemacht. Eins zum ersten Issue und eins zu den Issues zwei bis fünf. Also der hat schon ein Heft weiter gelesen als ich. Die kann ich sehr empfehlen, weil er kann, also, er kann da deutlich mehr rausziehen als ich jetzt gerade so in der Kürze und Schnelle. Ähm, aber Witz, also für mich war es schön, weil ich habe das Video von ihm gestern mir angeguckt, nachdem ich das gelesen hatte und ich fand toll zu sehen, dass er halt auch zu so einem Ergebnis gekommen ist, dass er es auch sehr gut fand, weißt du? Mir, mir ist das dann ja sofort aufgefallen, ne? Als du das, äh, mir letztens erzählt hattest mit dem Hulk-Run und dann hatte ich das bei Nico gesehen, beim Comic-In eben, dass er jetzt auch sofort so Videos dazu parat hatte, aber ich, äh, ja, ich habe mich nicht getraut, weil das sind dann so Sachen, da würde ich ganz gerne selber erst mal lesen und mir so einen Eindruck verschaffen, ne? Bevor ich dann da irgendwie mir Videos so angucke, ne? Aber, äh, ja, ist doch cool. Dann scheint das, äh, scheint das ja ein Titel zu sein, der schon bei mehreren Leuten so im Fokus steht und, äh, auch anscheinend gut, äh, ankommt. Ja, und, und, das, also, und das, also alleine für das Artwork von Nick Klein lohnt sich's schon, muss ich echt sagen. Also, das, ja, du hast ja eben gesehen. Ja, naja, ich, 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 ich kenn's ja durch die Alien, äh, Paperbacks, die ich hier, äh, stehen habe. Ähm, ich weiß gar nicht, du hast ja gesagt, äh, du kannst ja bei Marvel Now auch die Sachen lesen, ne? Auch die Alien. Äh, hast du denn da die, das, was ich jetzt als Paperback hab, die, das Tauwetter quasi auf Deutsch, äh, auch schon gelesen oder? Ich hab's noch nicht. Ich will's eigentlich noch lesen. Ich hatte es schon vor ein paar Monaten, da, ich meine, dass ich's dir da auch sogar schon mal erzählt hatte, war ich bei uns im Comicladen und da hatte ein, äh, ein US-Heftsammler, seine Monatsabos abgeholt und da hatte, durfte ich mit ihm gemeinsam in das erste oder zweite Heft dieser Reihe halt reinschauen, weil er auch so gesagt hat, Alter, das Artwork ist so schrecklich, also für Alien, so, ne? Also, und, äh, und da hatte ich dann da so reingeguckt und ich meine, dass ich dir damals auch dann irgendwie geschrieben hätte direkt, so wie ich gesagt habe, Alter, ich, ich glaub, die nächste Serie wird nicht mehr so cool wie die ersten, aber, ja, ja, also ich hab's noch nicht gelesen. Ja, ich, ähm, ich, äh, 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 Ja, was ist es? Nein, 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 also man, man, man wird das noch mal an anderer Stelle, äh, hören und sehen, was ich davon, davon halte, weil ich, äh, das ist schon ein interessantes Ding und, ähm, ja, da, da, das muss man dann, das muss ich in Ruhe machen. Also, ich versuche mal, äh, du machst irgendwas damit und ich versuche mal, bis zu unserer nächsten Folge das gelesen zu haben. Das nachzuholen, genau. Das wäre ganz cool. Dann kannst du, dann können wir uns da ja auch gerne noch mal drüber austauschen, auch wenn du dann meine Meinung vielleicht dann schon irgendwo dann darüber siehst oder so oder du guckst sie dir erst nach dem Lesen an, damit du da unbefreit da rangehen kannst oder so und dann, äh, äh, ja, mich wird das mal tatsächlich interessieren, also, das, äh, weil, weil ich hab das schon gemerkt, ich hab vor Tagen das mal gepostet irgendwo, dass, äh, dass ich diesen Titel habe und das ist wirklich so top oder top bei den Leuten, ne? Also, das ist so, es gibt nur die Leute, die das mögen und die Leute, die es echt, äh, auch gar nicht abfeiern. Also, es ist, äh, sehr, sehr interessant, dieser Titel und, äh, ja, mal gucken. Aber, damit wir hier nochmal weiterkommen, du hast, glaube ich, etwas für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen draußen vorbereitet, ne? Also, im Grunde genommen ja nicht nur für die, sondern eigentlich auch für mich, ne? Wollte ich sagen, für dich. Ja, auch für dich, genau. Ähm, das Ganze hat seine Ursache genommen, glaube ich, äh, letztes Jahr im Dezember beim Splittervorhang. Da bin ich irgendwie so auf die dumme Idee gekommen, dass ich einmal gesagt, äh, dass ich dachte, komm, kein Problem, äh, ich hau mal was raus wegen dem Kriegen von Aran. Ähm, und zwar versuche ich mal für dich und auch unsere Zuhörer, die sich, weil du, du ehrlich gesagt, in zwei oder drei Situationen immer so rumgeheult hast und gesagt hast, ich will das auch so gerne lesen, in hundert Jahren bin ich mal so weit. Da hab ich gesagt, nee, das kann ich, das kann ich nicht, äh, das kann ich jetzt nicht mehr mit mir vereinbaren. Ich muss etwas für dich tun. Ja, und, und hab gedacht, ich versuche quasi einen Leitfaden, äh, zu erarbeiten, was man gelesen haben sollte, damit man in diese Reihe und, äh, quasi dieses erste Album, die Kriege von Aran, einsteigen kann. Ja, quasi, es gab mal die Road to No Man's Land und das ist jetzt die Road zu Kriege zu Aran. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Also, gut, man muss so viel dazu sagen, das klappt nur bei Leuten, die, ähm, das ertragen können, wenn man keine, äh, Nummernzahl, äh, per Reihenfolge im Regal hat, ne? Weil, ähm, also, ich, ich weiß nicht, hast du grob eine Ahnung, wie viele Titel das sind, die rausgekommen sind, bevor die Kriege von Aran erschienen ist. Also, mit allen Reihen, die, die quasi so, also nur so grob, also nur so ganz grob irgendwie sind. Ja, 75, 60, sind's 80, 78 plus 8, 86, so. 88, 89 Titel. Okay, gut. Also, zwischen 80 und 90 Titel ungefähr, die man rein theoretisch vorlesen kann. Genau. Genau. Und du sagst es natürlich, also, äh, das kann ich nicht liefern, weil dann müsste man sagen, okay, ne, guck dir halt an, was es alles vorher gab, das musst du dann vorher haben. Also, ich kann natürlich jetzt, also, wir müssen damit leben, dass wir in dieser Road to Aran gestückelte Nummern da stehen haben. Damit müssen wir leben. Ja, aber zumindest kann man, finde ich, mit einem relativ schmalen Budget, äh, das war zumindest mein Ziel, ja, sagen, ich lese, äh, ich, ich muss nur minimal wenig anschaffen, damit ich jetzt bei diesem Groß-Event Kriege von Aran dabei sein kann. Und ich hab das sogar noch mal aufgeteilt, Ingo, und zwar in zwei Varianten. In eine Small-Variante, so günstig wie möglich und eine etwas größere, ja, für den etwas größeren Geldbeutel. Das ist, ja auch Normans Zoll, so. Genau, hab ich gedacht. Einmal für das kleine Taschengeld und einmal für, na, wenn du dein Sparspein geknackt hast quasi. Genau, genau, das war tatsächlich das Ziel. Ähm, ich übernehme keine Garantie für Richtigkeit, weil auch ich noch nicht alles gelesen habe. Ich hab tatsächlich deswegen auch, äh, im Vorfeld noch mal versucht, den Splitter Verlag zu kontaktieren, ob die mal drüber schauen. Ich weiß, dass es eine Kollegin dort in der Redaktion gibt, die da irgendwie im Thema ist, aber die, ich schätze mal, die sind noch im Neujahresurlaub. Äh, ich hab nicht mehr rechtzeitig eine Antwort bekommen. Aber Max, wenn du das siehst, ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen, äh, zu eurer Zufriedenheit. Wenn du magst, würde ich mal, wenn du magst, würde ich quasi mit Variante 1, also dem kleinen Geldbeutel anfangen. Ja, das heißt, der kleine Geldbeutel, der bezieht sich darauf, dass ich sage, ich, ich kenne die wichtigsten Player in diesem, in diesem, äh, Album, und ich kenne das Szenario. Ich hab das ja mal, äh, ich hab ja den Band mal schon mal hier vorgestellt und bin ein bisschen aufs Szenario eingegangen. Ich mach das jetzt wirklich nur mal so in Stichproben. Das heißt, wir haben als Szenario, äh, es gibt diese Organisation, Oh, jetzt macht die Kamera wieder das, sorry. Ähm, wir haben, wir haben die Organisation, die Schwarze Witwe, ja, und, ähm, die Schwarze Witwe möchte die alten Völker auslöschen und sie machen das, indem sie eine Droge auf den Markt bringen, um damit die alten Völker, sozusagen abhängig zu machen und sowas, ne? Also das ist so das Grundszenario und, äh, diese sogenannte Kompanie der Verbanden, äh, quasi sind die, sind die Rebellen des Aran-Untersumms statt Star Wars, die versuchen halt, die aufzuhalten. So. Wenn man jetzt die wichtigsten Player haben will, dann fängt man an, indem man sich den dritten Band von den Magiern durchliest. Alterat. Denn, das, äh, ist eine Besonderheit oder eine Sache, die man, was heißt Besonderheit, ist eine Sache, die man verstehen muss im Aran-Universum. Die Magier sind, sind in dieser Welt nicht frei, sondern sind immer an einen König gebunden. Ja, das sind quasi immer so die königlichen Berater. Und dieser Atorat, der einer, der seines Zeichens nach, kann man auch so ein bisschen erahnen, finde ich, wenn man ihn sieht, ein Nekromant ist, ähm, ist der Hofmagier der Königin, die sozusagen dieser schwarzen Witwe, der bösen Organisation vorsteht. Der ist einer der wichtigsten Player in diesem ersten Band von den Kriegen von Aran. Das heißt, ich weiß, ich kriege hier die Geschichte über einen der wichtigsten Player in diesem Band und ich kriege, ähm, auch schon angeteast, wie sich, äh, wie sich die schwarze Organisation, oder wie die schwarze Organisation am Entstehen ist. Und deswegen ist dieser Band ziemlich wichtig. Ja. Und jetzt kommt's. Und jetzt braucht man eigentlich nur noch als nächstes diesen Band. Das ist der zehnte Band von den Orks und Goblins, Dunrak. Denn Dunrak hier, das ist der Chef der Kompanie der Verbanden, der Rebellenführer sozusagen, wenn du willst. Ja. Und hier erfährst du, neben seiner Lebensgeschichte, erfährst du hier in diesem Band, wie das ganze Ding losging mit den Drogen, dieser Kicherdroge, die das Land überschwemmt. und letztendlich mündet dieser Band exakt in den ersten Band von den Kriegen von Aran. Ja, das heißt, aus meiner Sicht kennst du hierbei, übrigens der Goblin, der hier drauf ist, das ist sozusagen sein Robin, wenn man will, der ist auch bei der Kompanie der Verbanden mit dabei. Das heißt, wenn du diese beiden Alben liest, hast du eigentlich die beiden wichtigsten Player und kennst das Szenario ziemlich gut. Ja, also das ist jetzt wirklich die Variante für den kleinen Geldbeutel. Ich möchte möglichst morgen mit der Kompanie der Verdammten den Kriegen von Aran starten. Dann kauf dir diese beiden Alben, lies sie in der Reihenfolge, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, also sprich, lies erst den, lies dann den und dann machst du weiter mit den Kriegen von Aran. Also ich lerne im Grunde genommen auf beiden Seiten ein paar People kennen, so ein bisschen die Ausgangssituation, zack und los geht's. Also das sind auch wirklich, also das sind auch wirklich die wichtigsten Bände, die wirklich die ganz konkreten Ereignisse davor wegnehmen. Das sind die Ups, also das Small, das ist wirklich das Small Picture, dafür aber sehr präzise. Ja, so würde ich es jetzt mal sagen. Also im Grunde genommen könnte man so sagen, wenn man ein, aus diesem Riesenfundus von 80 bis 90 Bänden, die natürlich einen Mehrwert bieten, im Großen und Ganzen, wahrscheinlich auch viele Epochen und Zyklen an Vorbereitungen, an Schicksalen und so. Aber wenn man so sagen möchte, dass die Kriege von Aran einen minimalen Prolog hat, dann wäre das dein vorgeschlagener Prolog. Genau. Ganz genau so, genau so kann man es mit einem Satz zusammenfassen. Das wäre die kleine Variante und jetzt kommt die größere Variante. Da gelten natürlich auch die beiden Alben, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, natürlich auch dazu und dann kämen noch ein paar Alben dazu. Das heißt, ich würde jetzt sozusagen noch die Charaktere vorstellen, die auf jeden Fall bei den Kriegen von Aran auch noch wichtig werden, wo man schon weiß, die spielen zwar jetzt in diesem ersten Band noch nicht so eine riesengroße Rolle, sie tauchen aber alle auf und man weiß, die werden noch eine wichtige Rolle spielen. Und da werden dir jetzt auch einige Sachen von bekannt vorkommen, sage ich schon mal direkt. Denn ich fange an direkt mal mit Band 1 von der Saga der Zwerge. Ja, Redwin von der Schmiede, das ist quasi der Aragorn der Zwerge im Aran-Universum. Ja, der Mann für die ganz großen Schlachten sozusagen, für die ganz großen Missionen. Und der weiß, also der wird quasi sozusagen mit dem Ende des ersten Kriege von Aran-Bandes auch in diese ganzen Geschehnisse mit reingezogen. Weshalb ich sehr sicher davon ausgehe, dass wir ihn auch jetzt wieder stärker im Fokus sehen werden. Und um ihn einfach besser einzuordnen, kriegen wir einfach hier in diesem ersten Zwergeband seine Lebensgeschichte. Den Band hast du ja, glaube ich, auch schon gelesen. Ist für mich, oder? Ja, das ist ganz cool. Ich kann einen Haken dran machen. Genau. Deswegen, du kannst jetzt tatsächlich den einen oder anderen Haken sogar noch machen. Ganz genau. Also das ist auf jeden Fall da wichtig. Wir haben einen zweiten Zwergenplayer, der auch sehr wichtig ist, auch für die Kriege von Aran. Und das ist in Band 9 Drö von den Wanderern. Ja, das ist so, also die Wanderer, das ist ein Volk von, ja, man kann sagen, das ist ein bisschen so was wie die Ronen der Zwerge. Ja, also es sind Leute, es sind Zwerge, die in Ungnade gefallen sind. Die fristen so ein ganz schändliches Dasein so. Die dürfen auch ganz viele typische Zwergenhandwerke nicht ausüben, wie zum Beispiel Schmieden oder sowas. Das dürfen die alles nicht. Die dürfen auch keine Schwerter benutzen und sowas. Deswegen kämpfen die, wenn dann immer nur mit so Hackeballen und sowas. Und Drö ist halt so ein, ja, sehr, ist halt ein Wanderer aus diesem Geschlecht. Und der spielt eine tatsächlich ziemlich wichtige Rolle in den Kriegen von Aran. Auch schon im ersten Album ist der mit dabei. Und deswegen, ne, dem seine Geschichte zu kennen ist wichtig. Und jetzt machen wir es uns relativ leicht, weil da kannst du auch wieder Haken setzen. Weil jetzt kommt quasi in komprimiertester Form, dass man die große, wichtige Geschichte davor bekommt. Das heißt, erst mal Band 1 von den Elfen. Lana Winn ist der wichtigste, zentrale Charakter, der jetzt ab Band 2 der Elfen halt auch einfach mit wieder am Start ist. Und deswegen sollte man ihre Geschichte, also sie ist witzigerweise hier gar nicht am Cover, aber das ist eine andere Elfe, die hier drauf ist. Aber Lana Winn ist einfach, hier erfährt man ihre Geschichte, ist so, ja, wie gesagt, so die, eigentlich der Main Char im ganzen Aran-Universum. Und ich bin mir sicher, dass sie zusammen mit Redwyn wahrscheinlich jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen wird bei dieser ganzen Kriege von Aran-Geschichte. Und weil die Kriege von Aran direkt auf dem davorliegenden Groß-Event, sag ich mal, darauf aufbauen, sollte man dann direkt mit Band 6 weitermachen, der Auftrag der Blauelfen. Denn hier geht sozusagen die Ghoul-Ark-Story los. Die geht dann mit Band 11, Carsten Rock weiter. Ey, Carsten Rock, generell ist so ein geiles Album. Also Helmsklamm in Aran, kann ich nur sagen. Super, super epic. Ja, geil, weil das fehlt mir. Das wäre so das Nächste, was ich nachkaufen müsste bei dir, Elf. Ja, also kann ich sehr empfehlen. Und vor allem ist auch doppelt gut, denn der erste Band von den Kriegen von Aran findet quasi, beginnt in Carsten Rock, weil das ist eine Festung. Ja, also der beginnt auch genau dort. Das heißt, du hast nicht nur das Vorereignis, sondern du hast auch die Handlungsstätte, wenn du diesen Band gelesen hast. und ja, das Finale von dem Ghul-Arc ist hier in Band 16 von den Blauen Elfen. Ja, also das heißt, und damit hast du es. Damit hast du es. Damit kennst du die wichtigsten Player, du kennst das Szenario und du kennst das wichtige Ereignis, was vor den Kriegen von Aran passiert ist, nämlich die Ghul-Arc-Sage. Ja, cool. Das war's. Und wenn man jetzt, also wenn man jetzt nachzählt, sind das mit den Kriegen von Aran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Alben mit dem Kriegen von Aran-Album selbst. Also das heißt, 8 Alben, die man sich dazu holen müsste oder halt in der kleinen Variante 2. Und ich finde, das ist gar nicht so schlecht für so ein Riesen-Universum. Oder? Ja, das ist cool. Ja, also jetzt muss ich natürlich dann gucken, ob ich das wirklich so mache und dann da einsteige und alles andere nachhole, ob ich da einfach wieder... Ich würde gerade sagen, füll doch die Lücken. Ich habe das jetzt auch so gemacht. Ich habe mir tatsächlich nur für dieses Video noch den dritten Band von den Magiern geholt. Ja, ich hatte die noch gar nicht. Ich habe mir dann Band 1 und Band 2 jetzt nachträglich geholt und die stehen immer noch nicht hier im Regal. Also ich habe jetzt, ich habe genauso eine Lücke jetzt gerade drin stehen. Und ja. Das ist sehr cool. Also erst mal vielen, vielen Dank für das Zusammenstellen. Also es ist ja auch schon so ein bisschen Recherchearbeit. wird das Ganze zumindest noch mal wirklich zu überfliegen, denke ich mal. Und auf jeden Fall noch mal sich auch noch den einen oder anderen Titel irgendwie anzugucken. Wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, das ist jetzt keine Garantie auf absolute Korrektheit und so, aber das soll einigen, die jetzt einfach mit die Kriege von Iran loslegen wollen, irgendwie so ein bisschen so diesen Startschuss etwas erleichtern und diesen Einstieg so einsteigerfreundlich wie möglich dann eben zu machen. Ich fände es cool, wenn du auf jeden Fall mir das noch mal zuschickst in Textform, damit ich das unter dem Video oder vielleicht auch sogar in der Podcast-Beschreibung einfach mal bei Spotify und Co. damit reinschreibe, wie die Reihenfolge ist. Dann könnten sich die People sich das dann da auch noch mal dann angucken. Also wenn ihr da noch mal wissen, wollt, welche Bände sind das, dann guckt da einfach in die Beschreibung rein. Ich denke mal, das werden wir dann für euch dahinter hinterlegen. Dann schicke ich dir gleich rüber. Ja, super. Richtig cool. Sehr gerne. Es war mir sozusagen eine Herzensangelegenheit, weil ich bin, ich freue mich ja auch, was du das letzte Mal gesagt hast, ich freue mich wirklich über jeden, der das liest, weil das wirklich geil ist. Das macht wirklich Bock und deswegen freue ich mich einfach über jeden Mensch, der genauso wie ich sagt, komm, ich weiß, es ist riesig, aber ich wage trotzdem den Schritt rein, weil es lohnt sich, bin ich der Meinung. Ja, vor allem macht das dann ja, also ich sage mal so, man möchte dann ja mehr über die Charakter erfahren und selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich arbeite mich jetzt auf diesem Pfad voran, so wie du das jetzt so grob mal vorgegeben hast, möchte man ja vielleicht schon von dem einen oder anderen Vorgeschichten wissen oder man sagt, oh, das Volk interessiert mich aber irgendwie noch mal näher und dann greift man, ja, im Grunde genommen auf deren Storystone noch mal drauf zurück, weil es ist ja nicht ganz so einfach durch diese ganzen Zyklen durchzublicken, sowohl bei den Elfen als auch bei den Zwergen und Co. und was weiß ich nicht, wem noch alles, ich sage mal, da sind die Magier ja noch das Franchise von den Sachen, die mit am fast überschaubarsten sind, so, ne, also von dem Rissen rein. Obwohl die auch Zyklen haben, ne, die haben auch Zyklen, da ist es nach den Magiern, ne, also nach den Magietypen, also es ist irgendwie Elementarmagie und, äh, Runenmagie und so. Die einzigen, glaube ich, die keine Zyklen haben, sind die Orks und Goblins, da läuft es einfach durch, immer ein Charakter nach dem anderen sozusagen und, äh, und ja, Länder von Ogon, da glaube ich, also, also, was heißt Zyklen haben die alle, ne, aber bei, sag ich mal, sowas wie den Elfen und den Zwergen, da hast du wirklich immer so ganz klar, Blauelfen, äh, Waldelfen, ne, Weißelfen und so weiter, ne, und, oder bei den Zwergen immer Schmiede, ähm, hier die, äh, die Alchemisten, da Tempel, genau, Tempel und dann, ne, also, was immer diese Kasten durch, äh, die sich immer abwechseln und, äh, das ist bei, äh, nur bei den Orks und Goblins und bei den, äh, Ogorn nicht so. Ja. Ja, also, ich, ich find's cool, also, ich muss auch unbedingt sehen, ich guck grad hier schon wieder auf meine, auf den Lesestapel, äh, auf den Lesestapel und denke mal, ja, die liegen, die liegen halt ganz unten, leider, ähm, weil sie nun mal auch schon länger raus sind, ne, also, die gibt's ja nicht erst seit gestern, sondern, ja, die sind ja schon ein paar Jahre alt, sag ich jetzt mal, äh, ganz vorsichtig und, äh, ich muss aber unbedingt sehen, dass ich die wirklich jetzt mal irgendwann demnächst wechsnacke, weil ich glaub, wenn man da erstmal in so einen Flow reinkommt, ne, und gerade, man hat ja da die Abwechslung aufgrund dieser verschiedenen Völker, verschiedenen Rassen, ne, also selbst, wenn man die Serien ja querbeet liest, ne, man hat ja immer wieder irgendwie Abwechslung, ne, und das, äh, das finde ich ja eigentlich auch ganz cool, an diesem Gesamtkosmos von, von Aran, ne, und, äh, sehr schön, sehr, 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 sehr schön, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich guck mal einmal gerade in unsere Übersicht hier einmal schnell noch nebenbei rein, ja, doch, wir sind schon bei unserem Hauptthema dann angelangt, zum Beispiel, wir sind bei unserem Hauptthema, genau, und zwar, im Grunde genommen thematisieren wir jetzt ein, man könnte jetzt sagen, ein, ein Weihnachtsgeschenk schon fast, könnte man bald so sagen, ne, also, ähm, wir dröseln das mal einfach auf, also, ich, wurde, äh, letztes Jahr von, einem Verlag kontaktiert, von der Retrofabrik, und die haben halt nachgefragt, so, hey, wir bringen da demnächst wieder was, hast du mal Lust, äh, da mal drüber zu gucken, und dann habe ich gedacht, ja, klar, warum nicht, und dann habe ich sogar erfahren, dass das was ist, was ich sogar schon seit längerer Zeit eigentlich immer mal haben wollte, und das haben die wieder neu aufgelegt, und, äh, ja, welch, um, um was für ein Band handelt es sich da, du hast den nämlich dann auch bekommen, netterweise, von der Retrofabrik. Es handelt sich um Masters of the Universe, die Giganten des Universums, von der Retrofabrik, die neue Auflage, äh, neue überarbeitete Version, es ist ja nicht einfach nur, ne, das, äh, sag ich mal, ein Reprint der vergriffenen ersten Auflage, es ist ja wirklich ein, äh, neu überarbeitetes Werk, mit noch ein bisschen ein paar anderen Seiten, und, äh, anderen extra, so wie wir wahrscheinlich auch noch gleich eingehen. Ja, ja. Erschienen bei der Retrofabrik, ähm, für, jetzt muss ich gerade gucken, 69,90 Euro, war das richtig? 70 Euro, Müsste so sein, ja. Ja, ja. Genau. Es, äh, hat, äh, etwas mehr als 600 Seiten, Hardcover, Farbe. Genau. Ähm, also, ich möchte mal vorneweg mal so einen kurzen Disclaimer machen, weil, äh, für mich persönlich war das jetzt tatsächlich das allererste Mal, dass ich ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Also, vielen Dank dafür auch von meiner Seite aus an die Retrofabrik, äh, damit wir hier im, äh, jetzt im, äh, bei Zwischen den Panels so darüber reden können. Äh, wirklich Hammer. Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe total viele, äh, total viele Gedanken im Kopf zu dem Buch, äh, Ingo, die auch nicht unbedingt alle so sortiert sind. Deswegen, ich frage mich gerade, wo wir so ein bisschen, wo wir einsteigen wollen, so ein bisschen. Darf ich so ein bisschen so den Leitfaden einfach mal kurz, kurz, kurz angeben? Ich würde nur eine Sache sagen zu Beginn, nur einen Satz, ja, also, ich glaube, weil das, du hast mich nämlich, während wir schon am Lesen waren, hast du mich mal darauf angesprochen, ne, was es alles für krasse Leute gibt im Masters of the Universe, Universum, die sich mit diesem Buch auch schon auseinandergesetzt haben. Und, ähm, ich habe so drüber nachgedacht, also, letztendlich kannst du dieses, äh, kannst du dieses Buch für zwei Arten von Leuten machen. Für Leute, die richtige Fanboys im Masters of the Universe, äh, sind. Und für die Comic-Fans, die so Interesse daran haben. Da ich persönlich kein Experte im Masters of the Universe bin, würde ich mich eher auf die zweite Zielgruppe, äh, einschießen, weil, das bin ich nämlich selber auch. Ich bin der Comic-Fan, der natürlich aber auch irgendwie als Kind mal damit in Berührung gekommen ist und der so jetzt an diese Sache mit einer teilweise nostalgischen Brille auch rangegangen ist. Ja. Also, das einfach dazu. Also, ich kann nicht das leisten, was so ein Masters of the Universe jahrzehntelanger Fanboy drauf hat, sag ich dir direkt ganz ehrlich. Das, das könnte ich so gesehen auch nicht. Also, ähm, so viel sei gesagt, äh, ich hab auch in meiner Kindheit natürlich, äh, mit, mit Spielsachen davon gespielt, ne, die dann eben über Martell und sowas dann damals ja liefen. ganz besonders geprägt hat mich zum Beispiel beim Masters die damalige Hörspiel, äh, Reihe, die es, die es gab, die einfach, die ist einfach genial und fantastisch. Also, ich hab die geliebt als, ähm, als, ja, was heißt ihr Kind? Also, teilweise hatten die, hatten die manchmal so crazy Cover, dass ich schon Schiss hatte, wenn meine Eltern sehen, dass ich diese Kassetten hab, dass die dann irgendwie, irgendwie weggenommen werden, weil die Cover schon wirklich manchmal richtig krass waren. Also, ich bin auch kein absoluter Experte, ne, natürlich hat man irgendwie, äh, TV-Serien und sonst irgendwas geguckt, ne, aber da wird es einfach welche geben, ähm, und da kenn ich, glaub ich, sogar auch ein paar Leute, die, äh, da wirklich richtig, richtig tief drin sind, ne, und wie du schon sagst, wir betrachten das jetzt eher aus dieser Comic-Perspektive, ne, die wir hier mit diesem Band so erlebt haben, ne. Ähm, bevor wir jetzt diese, diese quasi zweite Auflage oder besser gesagt Neuauflage, weil ich würd's gar nicht als Zweitauflage betiteln, das steht nämlich auch so nicht in dem Ding drin, also da steht nicht zweite Auflage, ähm, besprechen, ähm, wollte ich grad noch mal kurz einmal auf, ähm, mein Begehren, äh, darauf eingehen, was ich eben erwähnt hatte, und zwar, dass ich ja einen Titel schon sehr, sehr lange halt mal haben wollte, und das ist dann ja aus Zufall tatsächlich genau dieser Band gewesen. Also, es gab ja die erste Auflage, die ist 2019 erschien bei, bei der Retrofabrik, ähm, und da halt, äh, noch ein bisschen anders, ne, also wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt hier in diesen neuen Dingen ein paar Extras, und, ähm, ich glaub, das ist jetzt gut anderthalb Jahre her, mein ich, oder zwei, wo ich diesen, die Giganten des Universums Band haben wollte, die, die erste Auflage, und dann hab ich festgestellt, den krieg ich nicht mehr. Der ist, äh, verlagsvergriffen, irgendwie, er wird nicht mehr gedruckt, weil, ich weiß nicht, wahrscheinlich Lizenz oder so, vermute ich jetzt mal, und nur eine gewisse Auflagenzahl da war, und, ähm, ja, die waren auch nicht wirklich einfach zu bekommen, äh, weil die zu richtig horrenden Preisen gehandelt wurden, und ich hab noch mal recherchiert, Thilo, was meinst du, was eine Erstauflage aktuell bei Amazon, äh, bei Amazon, bei eBay, ähm, kostet, wenn du den so haben möchtest von Leuten, die vielleicht auch noch gar nicht mitbekommen haben, dass es mittlerweile ein, äh, ja, ich sag mal, so eine Art verbesserten Nachdruck gibt, mit mehr Seiten, mit einem gewissen Zusatz-Extras, was glaubst du, was, ähm, wo, 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 wo so eine Sache bei eBay noch liegt? Also, der, wenn ich das richtig, der war 10 Euro günstiger, ne? Ganz genau, das wollte ich jetzt gerade noch mal vorab sagen, der war 10 Euro günstiger, der müsste bei circa 60 Euro gelegen haben, genau. 60 Euro gelegen, dann würde ich sagen, ich runde mal den dreifachen Kurs auf 200. Liegst du gar nicht so verkehrt mit? Also, ich hab ihn, glaub ich, heute für so zwei, drei verschiedene Werte gesehen. Einmal irgendwo, ähm, für 125 Euro, und einmal für 230 Euro, glaub ich. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Solche Preis, äh, Diskrepanzen da, äh, sind. Ich hab auch ein, eine Auktion entdeckt, wo er am Angebot war, für 3,50 Euro. Noch mit, glaub ich, zwei Wochen Laufzeit oder so. Ähm, und ich mich dann wirklich gefragt hab, hm, haben die Leute, die das da reingestellt haben, jetzt schon mitbekommen, dass die Neuauflage da ist? Ja oder nein? Nein, und vor allen Dingen, natürlich kann man sagen, hey, ist es eine Erstauflage, ne? unter, unter Hardcore-Sammlern würde man das vielleicht immer präferieren, ne? Und sagen so, hey, das ist ja, ne? Eigentlich das, das, das Besondere daran, aber wir haben ja jetzt hier in diesem Fall nicht mehr Neuauflage dran stehen. Ähm, und ich würd sagen, da gehen wir jetzt einfach mal drauf ein, ähm, warum das für uns, glaub ich, auch, äh, keine zweite Auflage, sondern wirklich ein neuer, toller Sammelband irgendwie geworden ist, ne? Ja, ja, also, ähm, also, inhaltlich ist das Buch ja aufgebaut in so zwei Bereiche, würd ich jetzt einfach mal sagen. Das heißt, wir haben inhaltlich, in dem einen, äh, der eine Teil setzt sich aus der, äh, Comic-Heft-Serie, äh, zusammen, die damals in Deutschland erschienen ist, die ja, ähm, was, also was, deswegen, Also ich oute mich jetzt hier wirklich als kein Kenner dieser Materie, ne? Das ist der, der, der Condor-Interpart-Verlag gewesen, genau. Worüber die als allererstes kamen, genau. Genau. Und das waren, äh, also, aber was ich so faszinierend fand, im Vorwort zu erfahren, waren, dass das deutsche Comics waren. Ich dachte ja irgendwie, das wären englische Comics, die übersetzt waren, äh, wurden, ne? Also, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Und, also, das finde ich wirklich Hammer, also wirklich mal an die damaligen Verantwortlichen von der kreativen Seite, das war der Autor Wilfried H. Harry und Michael Götze. Also, Respekt, Respekt. Da hätte, man hätte mir doch irgendwelche anderen Namen, so aus dem, aus dem Silver Age, Bronze Age, hinschreiben können und ich hätte, ich hätte es gekauft so, also ich hätte es geglaubt, ja, muss ich mal wirklich ehrlich sagen. Also, das, das finde ich schon wirklich ziemlich cool. Also, das ist so der eine Teil, das waren zehn Magazine, die damals erschienen sind ähm, und ich meine, du hast das, glaube ich, auch schon mal in deiner Comicbeute, äh, gezeigt, was ich immer sehr geil finde, ist, dass die das immer so vorher dir zeigen. Die zeigen dir immer das Magazin quasi in Groß- und in, in Originalsicht so, ne, dass du das auch immer weißt. Ähm, also das ist sozusagen der eine Teil, das sind dann, glaube ich, immer so 30 oder 35 Seiten pro Magazin, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Genau. Ja, ja, dürften ungefähr so 35, 36 Seiten dann irgendwie, glaube ich, sein. Genau. Immer zwei Geschichten. Genau. Eine, eine etwas längere, eine etwas kürzere, ne, und, was, was ich zu dem Cover noch sagen wollte, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ja. Also, wir gehen jetzt mal auf die Gesamthaptik und die Zusatzsachen einfach jetzt gerade später nochmal auf diese Band ein. Also, es ist halt ein dicker Sammelband, haben wir ja schon gesagt, und der hat halt eben einmal diese zehn Heftparts da drin, ne, hattest du erwähnt, und dann so Taschenbuchparts, ne? Und das Coole an den Covern von dieser Heftserie da drin, finde ich auch, dass die wirklich so, also, das ist halt wirklich noch einfach so Kindheit, ne, da ist ein D-Mark-Preis drauf, ne, so, mega, so, so, vor allem, ich finde es so witzig, man merkt schon so die Inflation innerhalb dieses Bands, ne, weil so die ersten Comics da drin, glaube ich, die ersten liegen bei 2,50 Mark, und später sind wir dann irgendwann bei 3 Mark, und die Taschenbücher, die kosten dann sogar, glaube ich, schon 3,50 Mark oder sowas, ne, wo ich dann ausdenke, ach, herrlich, das ist ja so Nostalgie pur, ne, und, und dann hast du dieses coole Cover mit diesem Originalpreis, dann ja halt dann auf der anderen, auf der rechten Seite so schön hochgezogen nochmal, ne, und das finde ich einfach genial, also, das ist ganz, ganz toll gemacht irgendwie. Ja, ja, finde ich, finde ich auch, also, ich, ich habe das, ich habe das total gefeiert, man muss ja dazu sagen, das sind ja keine zusammenhängenden Stories, die irgendwie, ne, das sind einfach einzelne, Geschichten, die irgendwie in der Welt von Eternia spielen, ne, mal gegen Skeletor, mal gegen hier Hordrack und die wilde Horde, äh, und so, ne, unterschiedlichste Bedrohungen, ähm, also, also, ich, ich muss persönlich halt sagen, dass mir diese Ausgaben sehr gut gefallen haben, also, ich, ich habe die, ich habe die wirklich gerne gelesen, die sind natürlich, das muss man jetzt auch der Fairness halt halber mal sagen, ein Kind ihrer Zeit, äh, auch so was Textlastigkeit angeht, so, so Prinzipien Show Don't Tell und sowas, klar, das war aber in der Zeit so, ne, also, man muss das mit dieser Brille, glaube ich, sehen und sich darauf einlassen, dafür, finde ich, wird man alleine echt durch das, durch das Artwork von Götze so entschädigt, klingt jetzt so böse, ne, aber so meine ich es gar nicht, also, ich, ich finde, das sieht so geil aus, also, ich meine, ich habe sowieso momentan so einen leichten Flair, ne, ich meine es noch nicht so lange her, dass ich Silver Surfer gelesen habe und so, äh, das sieht schon wirklich geil aus, ne, also, ja, natürlich ist das nicht John Booskema, der ist unerreicht, aber, das sieht, also, das sieht wirklich schön aus, oder? Man muss das, man muss das so betrachten, a, die Überraschung zu erfahren, wenn man das noch nicht wusste, ne, dass es aus deutscher Hand quasi kommt, ne, weil auch das, ähm, ist eine Sache, die ich nicht wusste, die mich dann auch irgendwie fasziniert hat, ne, also, diese ersten zehn Hefte hier drin, die sind wirklich deutsch, alles, was danach folgt, diese Taschenbuch, äh, Sachen, die sind dann, äh, italienisch, meine ich sogar, ne, wenn ich mich nicht vertröbe, die kommen aus Italien, genau, die kommen aus Italien und, äh, ich gebe dir da absolut recht, also, wir haben, ähm, Thilo und ich haben uns immer so, während wir das gelesen haben, also, nicht im Detail darüber ausgetauscht, sondern immer nur groß, äh, grob, ja, hier auch ganz toll, so eine Splash-Page, äh, zu sehen, auch richtig, richtig cool immer, und wir haben beide festgestellt, dass, ähm, innerhalb dieser zehn Heftreihen, sich diese Reihe aber auch, also, man merkt es, dass es sich sowohl vom, von der Autorenarbeit, als auch von Zeichnerischen, irgendwie auch immer weiterentwickelt hat, weil ich fand die, und das, das hast du ja genauso gesagt, die ersten beiden Storys, waren extrem textlastig, also, da saß man so dran und dachte so, wow, krass, ne, ähm, und man ist das halt einfach, wenn man so, neu moderne Comics liest, in Anführungszeichen, ist man das manchmal gar nicht mehr unbedingt gewohnt, das hängt zwar auch immer vom Autor ab, aber man ist das einfach nicht auf dem Niveau so gewohnt, und ich glaube, ab Heftrei, war es zumindest bei mir so, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt, jetzt, liest es sich so ein bisschen leichter, ne, also, das war dann, hat dann ein bisschen besser geflowt, da war dann so, ich sag mal, die Geschichte mit den Zeichnungen, das hat so ein bisschen besser zusammengepasst noch, und, ähm, die, die Stories selber, sind halt wirklich einfach, ganz abwechslungsreiche, unterhaltsame Geschichten, ne, also, wo ich auch sagen kann, dass ich die, das war mein, das war mein Lieblingsbild übrigens hier, genau, das fand ich auch richtig, richtig stark, wie das, guck mal, wie das Wasser runterläuft, ja, Ach, du wolltest es gerade sagen, sorry, ja. Ne, ne, das mit dem Wasser gar nicht, vor allen Dingen auch die Farben und der Druck, aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ne, das ist, ähm, ist nämlich auch noch richtig, richtig cool irgendwie in dem Band, und ich finde gerade so diese, diese ersten zehn Heft-Stories da drin, ähm, oder es sind ja mehr Stories, also zehn Hefte, die würde ich auch sowohl jung, als auch alt empfehlen, also, ähm, ne, das können auch junge Leute lesen, und, also gerade junge, finde ich, ne, ähm, und ältere auch, es gibt halt keinen, so ganz durchstrukturierten Handlungsbogen, ne, also, äh, ich hab ja auch schon mal von den Masters diverse Comics gelesen, ist natürlich immer sehr fesselnd, wenn man dann merkt, oh, über die ganzen verschiedenen Issues, oder auch Trades, ne, läuft ein so ein Bogen, dass das animiert nochmal ein bisschen mehr dran zu bleiben, ne, ähm, aber, äh, die fand ich auch sehr, sehr cool, bei den Taschenbuch-Sachen, da sind wir ja so ein bisschen anders, ne, das sind sehr kurze Stories, ne, ich weiß nicht, wie viele Seiten hatten die, ich meine, fünf oder sechs. Die Spanzen zwischen drei und, also, die kürzeste Geschichte hat, glaube ich, drei, und ansonsten, und ich glaube, im Höchsten mal bis zu fünf, äh, sind halt natürlich auch vom Artstyle her dann sehr anders, ja, also, ich versuche das mal so zu zeigen, guck mal hier, mit seltsame Verbündete, geht eine neue, geht eine Geschichte los, ja, das heißt, hier, Seite, 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 und dann Ende, ja, nächste, genau, ja, genau, und das ist ungefähr, ich sag mal, ähm, 40 Prozent, also, 40 Prozent von diesem dicken, fetten, äh, Hardcover-Sammelband sind diese Taschenbücher, ne, also, ich würde fast sagen, so 60 Prozent ungefähr so die, die, die Comics, diese zehn Hefte, und 40 Prozent vielleicht, diese, äh, Taschenbuchausgaben, wo immer so ganz, ganz kleine Story-Snippets drinne enthalten sind, wo ich zugeben muss, dass ich da sehr schnell durchgekommen bin, genauso wie, äh, das hattest du dann auch, äh, irgendwann mal erwähnt, ne, dass das relativ rasch ging, allerdings, ähm, ist es auch so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, nicht ganz so abwechslungsreich, würde ich es jetzt fast mal ausdrücken, ne, also, es ist nicht ganz so, äh, toll wie diese zehn, äh, Comic-Hefte eben so davor, das ist immer noch, wenn man das als, ähm, Objekt seiner Zeit eben sieht, ne, was die Zeichnungen angehen, und so, immer noch ganz cool, wobei mir die Zeichnung tatsächlich, in dieser Heft-Serie deutlich besser gefallen, von Herrn Götze, als, äh, jetzt eben diese Taschenbuch-Sachen, die dann eben aus Italien dann stammen, aber, ähm, also, es ist cool, ah, ich hätte fast gesagt, diese Taschenbuch-Sachen, das würde ich eher so sagen, das richtet sich an fast schon die jüngeren Leser, weil, ähm, man muss da beim Lesen um niemanden wirklich Angst haben, und eigentlich wird es, glaube ich, in einer der ersten Geschichten schon erzählt, ich meine, jeder, der die Dinger liest, weiß es nicht so, ah, Skeletor wird niemals gewinnen, wird dann gesagt, ne, und ich denke mir so, ja, schön spoilert mich hier. Spoiler, ich bin dein Vater, ja, also, toll, danke. Genau, nein, aber das wird mehrfach so ausgesprochen, Skeletor wird niemals gewinnen, und ich denke dann auch noch, ja, bei diesen drei bis fünf, sechs Seiten-Stories hatte ich auch einfach so das Gefühl, ja, das wird halt nie passieren. Das ist, ähm, und deswegen würde ich da sagen, immer noch cool, ne, betrachtet man das als, äh, na, etwas, was aus den, ich glaube, ich weiß gar nicht, diese Taschenbücher kamen auch aus den 80ern, ne, irgendwie im Inhaltsverzeichnis stand ja, stand ja, stehen ja irgendwie Jahreszahlen auch, ähm, guterweise mit dabei, also, äh, das ist sehr, sehr gut auf, äh, geschlüsselt, aber ich bin der Meinung, diese Taschenbuchsachen eher was für die jüngeren, äh, Leser, Leserinnen und, ähm, ja, aber ansonsten kann man sich da auch sehr gut an dem Inhaltsverzeichnis, äh, orientieren, weil das ist auch phänomenal, muss man einfach auch mal so sagen, das ist ein richtig schön herausgearbeitetes Inhaltsverzeichnis, ne, was uns wirklich alles, äh, aufschlüsselt, was sich in diesem Band, äh, befindet. Ja. Ja, die, äh, also ich, in der Tat, also die Taschenbücher sind auch von 5, also das erste 85, das zweite 86, äh, die Magazine von 84 bis 86, also genau so dieser Zeitraum, und mir geht's auch genau so, also jetzt als jemand, ne, deswegen, also ich schaue ja drauf als jemand, der das, oder wir beide, ne, die das zum ersten Mal jetzt im Jahre 2023 gelesen haben, ne, das ist was völlig anderes wie jemand, der in seiner Kindheit oder Jugend oder sowas damit aufgewachsen ist, und für mich war inhaltlich das Highlight definitiv die 10 Magazine. Das war für mich das, das Highlight des Ganzen, äh, ne, und die anderen Sachen, ja, ne, diese 5 Seiten Slapsticks, ich würde fast schon sagen Strips, ja, die, die, die fallen sowohl optisch, ne, die sind halt auf schnell gemacht gewesen, also ich weiß nicht, ich, also ich hatte fast schon das Gefühl, weil das gab's doch auch mal, dass die so, so Mini-Comic-Geschichten gemacht haben, die, die zu den Action-Figuren dazugelegt haben, so, also manchmal hatte ich fast schon das Gefühl, dass das, ne, weil, wer weiß, ne, kam, wir sind ja in Italien veröffentlicht, kann ja sein, aber für mich ist auch, also das Highlight ist, sind für mich auch diese ersten 10 Hefte. Ich, ich würde das auch ähnlich so sehen wie du jetzt, ne, mit diesem, dass, dass vielleicht auch mit dabei war, vor allen Dingen, ähm, es heißt ja Taschenbuch. Wir haben das ja hier auf einem wirklich extrem großen Papier. Das bedeutet ja, das werden, also, das weiß ich halt leider nicht, also entweder habe ich es überlesen, oder wird nicht drauf eingegangen, aber ich glaube, dass der, ähm, dass die, äh, dass die Zeichnung, dass dieser Druck, glaube ich, insgesamt, wahrscheinlich auch größer gezogen wurde, vermute ich jetzt mal, weil, es wirkt manchmal so, als ob das in Taschen, also wirklich in einer kleineren Form vielleicht mal ursprünglich produziert worden wäre, ne, aber ob es denn wirklich so, so ist, das kann ich jetzt nicht, zu 100% sagen, ne, aber, ja. Ja, ähm, was ich aber sagen möchte, neben dem Inhaltlichen, bin ich begeistert, äh, ganz ehrlich, also wirklich begeistert von dem Produkt, was uns Retrofabrik hier liefert. Äh, also diesen Sammelband, den sie uns hier letztendlich zur Verfügung gestellt haben, ähm, also da würde ich gerne mit dir drüber reden wollen, was, was, äh, was dir aufgefallen ist, mir aufgefallen ist, ähm, ich muss wirklich mal sagen, also ich, ich spoilere es vorneweg, ich finde, ich halte den Preis für absolut gerechtfertigt, und, also, da, da, da kann man wirklich echt nichts zu sagen, ähm, 69 Euro für fast 600 Seiten, das Format muss man sich alleine mal geben, ja, also ich, ich greife mir jetzt mal hier, ähm, ein Omnibus raus, so, das ist ein ganz klassischer Omnibus im US-Oversized-Format, ich versuche das jetzt mal hier vorab gegen zu halten, so, dann sieht man, dass der sowohl in der Höhe als auch in der Breite deutlich übersteht, bin ich wirklich, ja, ich bin, ich bin genau auf Kabel, also, so sieht man es sehr schön, ne, ja, und da, also das muss, das muss man halt alleine wirklich mal, äh, echt, ne, Ehre, wem Ehre gebührt, wie ich so schön sage, das ist fair, das braucht, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, das braucht das Buch tatsächlich nicht immer, weil es denn, weil es vom Artwork her, das halt ganz oft tatsächlich gar nicht ausfüllt, wie man hier so sieht, also, ne, wenn man sich die weißen Ränder drumherum ansieht, aber trotz allem kriegen wir es so, ne, und das ist wirklich, also da muss man sagen, das ist, das ist schon ziemlich cool, äh, du hast in deiner Comicbeutel, bist du ja schon auf die Dust Jacket eingegangen, das ist ja ein großer Unterschied, glaube ich, zu der ersten Variante, die hatte keine Dust Jacket, hier haben sie uns jetzt eine richtig schöne Dust Jacket mit dazu geliefert, und vor allem haben sie uns wirklich ein Barber brutal, reales Rap-Around-Cover geliefert, ich weiß nicht, man kann mich jetzt gerade zwar nicht mehr sehen, aber so kann ich das mal reinhalten, das ist halt schon geil, also, da hat man halt, also da hat man echt nicht geklotzt, so, ne, also, das ist gutes Handwerk, was hier drin steckt, ja. Also dazu sei jetzt noch gesagt, für alle, die das jetzt halt nur hören können, ähm, dieses, äh, dieses Cover, was, äh, Thilo jetzt gerade noch gezeigt hat, dieses Rap-Around-Cover, äh, ist im Grunde genommen auch das Cover, was die erste Auflage auch hatte, ähm, nur, dass wir jetzt hier keine Schriftzüge drauf haben, würde Gott sagen, also wir, also wir haben keine, keine Inhaltsbeschreibung hinten, auf der Backseite, und vorne auf der Front, haben wir auch nicht irgendwie Masters of the Universe, die Giganten des Universums stehen, sondern wir haben wirklich nur eine rein grafische, tolle Darstellung, ne, im Grunde genommen einmal, so gesehen, die Helden, einmal die Schurken, so, ne, und, äh, diese, diese Dust-Jacket ist schon irgendwie auch einfach geil, ne, finde ich, also das ist so, dadurch, dass das so einen Oldschool-Comic-Charme irgendwie hat, ne, so, auch mit diesem Text, ne, so, bam, jetzt 600 Seiten irgendwie, ne, und, äh, noch mal so, genau, weil die, die Magazine waren ja auch so, ne, da stehen ja auch, auf 36 Seiten, und in Farbe und bunt, ne, also, war ja auch so, ne, also, alles rausballern, Hauptsatz wird mitgenommen, und genau in diesem Charme ist diese Dust-Jacket mega cool, gefällt mir auch total gut. Ja, also wirklich richtig krass, also, der ganze Band, qualitativ, Größe, ne, Dust-Jacket, ähm, insgesamt, selbst das Layout innen drin, wie sie erarbeitet wurde, für mich noch ein, ein weiteres Highlight hat Thilo noch gar nicht erwähnt, ich weiß, da legt der gar nicht so viel Wert drauf, ich aber schon, Hashtag Team Leseband, man hört schon seinen Seufzer so, ach ja, das Leseband, ja, aber komm, wir haben hier ein 600 Seiten Klopper, da kann man auch mal so ein Leseband, einfach mal mit bereitstellen, das ist, ich freue mich da immer, weil, ähm, so viel sei gesagt, äh, wir, äh, wir haben es ja auch schon mal gesagt, da sind einfach Geschichten drin, ähm, da kann man auch mal ein Leseband reinmachen, und zwischendurch noch mal was anderes, äh, schmökern irgendwie, ne, aber es ist einfach qualitativ, äh, der Burner, ne, und natürlich, würde man jetzt sagen, guck mal, ich kann, ich musste, ich kann da noch nicht, also guck mal, alleine hier, ne, die, die Endpages, ja, sind toll gemacht, dieses Rote mit diesem, also, äh, auf, am Ende haben sie dann eine andere Endpage gemacht, ja, also da, da hat man sich wirklich, äh, echt Gedanken gemacht, und von den ganz großen, äh, Hardcover Collected Editions sich angeschaut, ja, wenn ich auch mal was zeigen darf, trotz Flatsbein, guck dir dieses Auge an, ja, also ich, ich versuche das hier gerade zu zeigen, für diejenigen, die zuhören, ja, also ich halte gerade quasi das Buch auf, um zu zeigen, wie der Inner Spine sozusagen mitarbeitet, du hast in diesem Buch keinerlei Gatterloss, eher im Gegenteil, ja, also, du hast ein umgekehrtes Gatterloss, das Bild, das Panel geht gar nicht so weit ins Gatter rein, wie dir das Bein hochkommt, so gut ist das verarbeitet, ja, also, anhand der Splash Pages, da kannst du es sehr, sehr gut sehen dann, ne, also da, da muss man, also deswegen, also wirklich da mal ein Riesenlob an die Retrofabrik, als jemand, der, der sehr auf diese, auf die Bücher achtet, auf das physische Produkt, das ist ein Luxus-Treatment, also wenn da ein, wenn da jetzt noch ein Slipcase drumherum wäre, dann wäre das, ne, weil du mir die Frage gestellt hast, ist das eigentlich ein Omnibus, ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten, ich würde es als, fast als ein Omnibus bezeichnen, wenn da ein Slipcase drumherum wäre, wäre das eine kleine Absolute Edition, ja, also, ich bin wirklich, also von dem Produkt, und das für diesen Preis, bin ich sagenhaft begeistert. Das mit der Absolute Edition, sagst du halt auch wegen, weil wir das mal höhentechnisch verglichen haben, ne, also, genau, hatten wir auch mal. Der liegt halt so, der liegt genau dazwischen, ne, der liegt genau auf dem halben Weg zwischen einem Omnibus und einer Absolute Edition, genau dazwischen, ja. Also für, also für mich persönlich, also ich wollte halt deine Meinung als großer Omnibus-Kollektor halt mal hören, ne, du hast, also für mich persönlich ist es ein Omnibus, so würde ich es betiteln, ne, er hat all das, was ein Omnibus mitbringen muss und sind wir mal ganz ehrlich sogar mehr, ne, aufgrund der sogar höheren Höhe, der breiteren Breite und sowas, ne, ein Lesebändchen, also, ne, wie gesagt, die Dust Jacket, ne, die genial ist, die hinten dann zwar kein Artwork drauf hat, da ist dann sehr, sehr großer Beschreibungstext, der auch nochmal so ein ganz bisschen, glaube ich, aufschlüsselt, was diese Überarbeitung beinhaltet, sind in der Tat auch tatsächlich, also es sind vier Seiten mehr, meine ich, vier oder fünf Seiten müssten das mehr sein als in der Erstauflage, ich kann auch gleich, nochmal, wenn wir hier mit dem haptischen durch sind, nochmal sagen, welche Seiten das genau sind, also was, was da noch hinzugekommen ist, ähm, aber wie gesagt, von der reinen Präsentation her, äh, ist es ein Traum, würde ich sagen, das Coole ist, für jetzt all diejenigen, die, ähm, die, die die Erstauflage besitzen und sagen, ah, miss, diese schicke Dust Jacket, ne, die hätte ich ja auch ganz gerne, äh, da habe ich irgendwie mitbekommen, dass die Retrofabrik wirklich diese Dust Jacket auch einzeln den Leuten zum Nachkauf irgendwie wohl anbieten wird, also, oder vielleicht sogar schon mittlerweile schon anbietet, das habe ich jetzt gar nicht mehr gegengecheckt, aber, äh, für all diejenigen, die jetzt halt die Erstauflage haben und sagen, ach, die hätte ich aber auch noch ganz gern, ey, die geben euch die Möglichkeit anscheinend irgendwie, dass ihr das nachkaufen könnt, auch mega cool, ist zwar so eine Sache, natürlich unterscheidet sich das dann von außen nicht mehr ganz so schnell, aber, ähm, es gibt tatsächlich noch einen Unterschied, das sind A, einmal diese vier angesprochenen, ich meine vier oder fünf angesprochenen Seiten, das ist, ähm, nämlich einmal ganz, hinten, ähm, ganz am Ende, da haben wir ja einmal so eine Seite mit so einem, mit so einem Jungen, der mit, äh, He-Man Spielzeug spielt und davor sind zwei neue Seiten, die nämlich über den Autor und über den, äh, Illustrator, über den Zeichner quasi berichten, die beiden sind neu und dann gibt es auch eine Bildergalerie in diesem Sammelband, ähm, drin und da gibt es auch zwei neue Seiten, die nämlich speziell dafür da sind, uns dieses neue, ähm, Dust Jacket Cover zu präsentieren, das gab es halt in dem, äh, in dem alten Band eben auch nicht drin und das ist jetzt so fast der größte Unterschied, finde ich, äh, also wenn, wenn das für dich in Ordnung wäre, würde ich jetzt gerade nochmal auf den Druck zu sprechen kommen, also es ist so, ähm, weder du noch ich, haben wir ja festgestellt, wir besitzen nicht diese Erstauflage, aber ich hab mich, ähm, im Internet schlau gemacht, ich hab mich sogar auch mit Leuten ausgetauscht, ne, also, äh, der eine oder andere wird das jetzt wissen, ne, wir haben auch über Instagram und sowas mal geschrieben und, äh, da auch Austausch gemacht, ne, wo sich diese Dinger unterscheiden und, äh, man hat hier bei dieser Neuauflage ein anderes Papier verwendet, als, äh, bei der Erstauflage, die von 2019 ist, äh, 2019, die Auflage, die hatte ein noch so eher mattes, raues Papier und diese neue jetzt, die hat eher ein glattes, glänzendes und dieses glatte, glänzende Papier sorgt unter anderem dafür, dass die Farben, also die, die, die gesamte Druckqualität und gerade die Farben viel deutlicher, viel stärker, viel kraftlicher, voller daherkommen, als das, was man in der Neuauflage hat, also, äh, in der, in der Erstauflage, Entschuldigung, also, auch das sieht da natürlich cool aus, ne, ich hab auch schon mal so Vergleichsbilder gesehen, aber man sieht wirklich einen deutlichen Unterschied, also, für jemanden, der, der kräftige, satte Farben bevorzugt, der sollte auf jeden Fall auch, ne, sich hier diese Neuauflage dann eben holen, äh, die, äh, die Farben sind einfach bombastisch gut, also, das, was man da rausholt, aus so einem, äh, wir haben mittlerweile auch nicht mehr so jungen Material, das ist schon wirklich, äh, Wahnsinn, ne, also, ich weiß gar nicht, ob du dir da mal irgendwie Beispiele angeguckt hast, oder, ähm, aber das, äh, ist echt, also, das ist wirklich ein großer Unterschied, finde ich. Ja, also, man, man sieht ja auch teilweise, ne, das erklären sie ja auch so ein bisschen hinten drin in diesem, ich will es einfach mal Making-of nennen, ja, was sie auch teilweise für Restaurations, äh, Arbeiten betrieben haben, deswegen würde ich gar nicht, also, ich hatte damals mir beim ersten Lesen auch so ein paar Sachen mitgeschrieben, wo, ne, wo ich auch mal gesagt habe, hier, da finde ich auch mal so, ich sage jetzt mal ein kleines Haar in der Suppe, ne, irgendwie, äh, wo, wo gefühlt mal irgendwie die Farbe von der Textbox ein bisschen ausgeblichen war, äh, und sowas, auch ein paar inhaltliche Fehler und, oder, ja, unlogische, äh, oder etwas, ne, merkwürdige, oder Konsistenzfehler, sage ich mal, ne, so ein bisschen, aber es, ich will es, also, es fällt mir fast schwer, das so ein bisschen so dann klein klein zu kritisieren, weil man sieht, was sie alles teilweise auch selber noch korrigiert haben an Fehler, sowohl an zeichnerischen Sachen, ne, wo dann mal in der Originalfassung nach Hand falsch war oder so, und sie sie verändert haben oder wo man eine Farbe falsch war oder sie eine Farbe verändert haben, damit es sich homogener im Gesamtkontext anfühlt und sie ja selber dann sogar auch gesagt haben und da habe ich dann drüber nachgedacht, ähm, als Kind der Zeit, der damit aufgewachsen ist, liebt man es vielleicht auch für seine Fehler und, ja, ne, das kann ich dann durchaus nachvollziehen, ne, ich hatte so, also es gibt zum Beispiel so einen Moment, den weiß ich noch ganz genau, da habe ich wirklich, bin ich, habe ich gelesen, da bin ich wirklich dreimal drüber gestolpert, das ist ein Panel, wo auf einmal, also irgendwie, ich glaube, Evelyn hat He-Man in eine Falle gelockt und, und dann sagt sie ihm gerade irgendwas und dann kommt das Panel und auf einmal ist es, ist es Tila und ich denke, hä, Tila ist doch gar nicht da, die ist doch jetzt gar nicht an der Stelle und so, da blätter ich hin und her und hin und her, sag ich, hä, ist jetzt irgendwie Tila verzaubert worden, wieso, wieso zieht sie, zieht denn jetzt Tila ihn in die Falle und dann habe ich einfach festgestellt, im nächsten Panel steht es, ist es wieder Evelyn, ne, man hat einfach einen Fehler gemacht, es wurde einmal aus Versehen der Charakter verwechselt sozusagen, ne, es sollte eigentlich Evelyn sein die ganze Zeit in dieser Szene, ja, und dann stellt man sich natürlich die Frage, ist es, mag man es nicht vielleicht für seine Fehler, ne, oder ist es ein Kritik, Kritikpunkt, also objektiv ist es ein Kritikpunkt, ne, aber was ist jetzt richtig im Nachhinein, auch aus Sicht von einer Retrofabrik, die das Material als Fans, ne, von Fans für Fans aufbereitet? Ja, aber, aber dann bringst du das so raus, wie es ursprünglich gekommen ist mit dem Fehler, das hat dann ja seinen Charme und, äh, du, du hast absolut recht, ne, mir ist das ja beim Lesen auch aufgefallen, man hat, ich will jetzt nicht oft sagen, aber es kommt hin und wieder mal vor, dass man, ähm, Sprechblasen hat, wo der Text wirklich so, ähm, kaum, also er ist immer noch zu lesen, du merkst aber, dass die Konturen verschwimmen, und, dass das irgendwie damit zu tun hat, dass das wahrscheinlich schon im Ursprungsmaterial sehr dünn irgendwie wahrscheinlich angedeutet war, und, ähm, so, so, so krass die Farben, dann teilweise manchmal, ne, sind im Unterschied zu dem anderen, ist der Druck halt, ne, hin und wieder mal bei einigen, also es sind wirklich nur ein paar Sprechblasen, ne, so dass du denkst, ah, okay, hier, äh, ist es ein bisschen, äh, verblaster, oder, ne, nicht ganz so detailliert eben dargegeben, aber, das ist irgendwie so, das, das hat, hat irgendwie seinen Charme, das ist ganz toll irgendwie bei diesem Titel, finde ich, ne. Zumal man wirklich, also ich, also ich war dann total fasziniert, als die das, also wie gesagt, dieses Making-of, ne, ich kann wirklich auch für unsere Zuhörer, ne, dieses Making-of gibt einem total viel, und, also auch da wirklich mein Kompliment, weil das nimmt einen rein in diesen ganzen Entstehungsprozess, dass die sich dann hingesetzt haben, also, also ich muss mal, also liebevoll gesagt, die Jungs sind echt Freaks bei der Retrofabrik, ja, also was die alles dafür gemacht haben, die haben dann noch irgendwelche Ausgaben nochmal versucht zu ersteigern, die ein bisschen bessere Qualität haben, weil die haben das von Ausgaben aus eingescannt und so, ne, und, also man merkt einfach, ne, dass das Herzblut, was drin steckt, das, das merkt man wirklich auf jeder Seite, und, ähm, deswegen, ja, ich, ich, ich musste dann auch, also mich hat, mich hat das dann am Ende so abgeholt, dass ich sage, ich kann das dem auch als Erstleser, diese, ne, diese Fehlerchen, sag ich mal, echt verzeihen, weil das Produkt echt cool ist, und, ich fand, übrigens fand ich auch diese Charakterübersicht, die am Ende noch drin ist, die fand ich auch saukool, ja, also das, finde ich es auch ein Mehrwert für Leute, die nicht ganz so fit sind da drin, weil man muss eine Sache sagen, und die fand ich nämlich auch beeindruckend, zum Thema Kontinuitätsfehler oder so, das wird im Vorwort erwähnt, ähm, der deutsche Verlag und die Autoren, die haben eigentlich nicht wirklich Informationen bekommen aus Amerika, und die mussten sich ihren Kram selber zusammenreimen, ne, und deswegen sind dann vielleicht auch manche Sachen so, wie sie sind, aber die hat halt niemand gebrieft oder so, ne, und es war halt nun mal hier 84, ja, war nicht World Wide Web, auch, und dann mal auf YouTube eben nochmal eine Serie sich reinziehen und nochmal kurz die Lore komplett auffrischen, waren andere Zeiten, ja, und, äh, was ich deswegen total witzig finde, ist Man at Arms, ja, Man at Arms startet badlos, und mitten in der vierten Geschichte, glaube ich, ist es, wird er scheinbar so sauer, dass ihm aus purer Männlichkeit, plopp von einem Mann abell, wächst ihm der Oberlippenbart, ey, aber im Nachhinein, ey, ich feier das irgendwie total, weißt du? Ja, das ist auch cool, und wie du schon sagst, ne, heutzutage würde jemand auf Wikipedia gehen oder so und würde dann sagen, hä, wer war das nochmal oder der oder so und so, ne, und, ähm, ja, gut, dass du das erwähnt hast, weil, äh, das fand ich nämlich auch sehr cool, das kommt zwar dann ja erst sehr weit hinten irgendwann, ne, mit dieser, mit dieser Übersicht, ne, aber, dass man quasi die Guten, die Schurken und die Burg, ja, genau, und dann kommt noch die Burg, so zack, ne, Castle Greyskull und so, und ich denke mir so, ah, cool, und, ähm, ja, das ist schon, Fahrzeuge auch noch, Fahrzeuge auch noch. Richtig, genau, stimmt, ne, Windrider und so, und, ja, die, die ganzen Fahrzeuge auch, und, äh, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt, mich wieder zurückerinnert fühle, so meine eigene Kindheit, ne, hätte man mir, glaube ich, mit 10 oder mit 11 oder selbst mit 12, ne, so ein Buch in die Hand gedrückt damals, ne, ey, ich hätte das geliebt, ich hätte das, äh, inhaliert und was weiß ich nicht, ne, ähm, natürlich jetzt ist man älter, jetzt ist man, äh, immer noch nostalgisch verklärt irgendwie vielleicht, aber ich denke mir immer so, na, äh, es wird sich so, es ist ein phänomenal gutes Buch, um einfach in diese He-Man-Materie irgendwie einzusteigen, finde ich so, ne, also in diese Masters of the Universe, äh, Geschichte mehr oder weniger, ne, so, um Charaktere, um alles ein bisschen so kennenzulernen, und dann auch noch auf so eine freundliche Art und Weise, weil wir wissen, es gibt nun mal auch andere Masters of the Universe-Comic-Reihen oder auch TV-Serien oder so, wo es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, ein bisschen härter zugeht, wo man vielleicht auch den ein oder anderen Verlust mal zu beklagen hat oder so, ähm, und, also ich, ich denke die ganze Zeit immer, boah, ey, wär man noch mal ein Kind, ne, so, und wird das als allererstes irgendwie so lesen können, ne, und dann, keine Ahnung, sich dazu was angucken oder Hörspiele hören und so, und, ach, phänomenal, ganz, ganz toll, also, wie du schon gesagt hast, da steckt einfach Liebe drin, ne, und das, 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 das merkt man, also, äh, ich finde, ich hab ja das auch schon erwähnt mit dem Inhaltsverzeichnis und so, na, das mögen jetzt viele Dinge, was, quatsch ja jetzt die ganze Zeit über ein Inhaltsverzeichnis, aber, als ich das aufgeschlagen habe, das Vorwort und das Inhaltsverzeichnis, das wusste ich schon im Grunde genommen, was ich hier kriege, und zwar wirklich einfach einen gut aufbereiteten Comics-Sammelband, der seinesgleichen aktuell, zumindest aus Deutschland so sucht, würde ich mal vorsichtig sagen, ne, also, ich wüsste jetzt nicht, womit ich das vergleichen sollte, klar kann man jetzt Marvel DC oder sowas irgendwie da, irgendwie ranziehen, aber auch da hast du nicht immer irgendwelche Inhaltsverzeichnisse oder sowas, ne, und, manchmal auch nicht unbedingt die Original-Karx-Cover und so. Marvel hat in keinem, also Marvel hat in keinem Omnibus, der einen Run ablichtet, ein Table of Content drin, wenn überhaupt nur bei Event-Omnibussen, DC nur bei 50-50, ja, und also dieser Table of Content, dann auch noch mit Jahreszahlen dabei und sowas, und die haben sich ja sogar die Mühe gemacht, bei den Taschenbüchern, wo die Geschichten nur drei bis fünf Seiten gehen, jede Geschichte mit Titel und Seitenzahl anzugeben, also das ist schon richtig, richtig cool, was die da gemacht haben, also das ist, also das darf man, das darf man gerne mal erwähnen, und ich bin da, was das angeht, bin ich durchaus ein Fan davon, ne, du hattest das Thema selber mal auf deinem Kanal, nimm mal so ein Deluxe-Band von Swamp Thing bei Panini, der kostet das Gleiche, und ist auf jeden Fall deutlich, ja, also hier kriegt man mehr, sagen wir es mal so. Ja, definitiv. Also hier kriegt man mehr fürs Geld, also insofern, also, ja, also ich, das Preis-Seiten-Verhältnis und sowas, das ist wirklich, mit dem, was da aufgearbeitet wurde, ist wirklich gut. Die Fun-Frage ist doch die, weil du hast das eben so schön gesagt, macht das Buch mit einem das, dass man sagt, danach kriegt man mehr Bock, weitere Himmelsachen zu lesen? Wie würdest du das beantworten? Finde ich schon, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also alleine bei Retrofabrik sind ja noch weitere He-Man-Titel rausgekommen, die haben ja noch, ich glaube, sieben weitere Bände oder sowas rausgebracht. Das macht Lust auf mehr. Und selbst, ich weiß ja, was nach diesem Band mit dir passiert ist. Ich meine, gut, das hat noch andere Gründe, auch preisliche Gründe, das können wir ja aktuell vielleicht auch einfach mal hier mit raushauen, für alle, die gerade so eine kleine Einkaufsempfehlung auch nochmal haben wollen, die nach diesem Sammelband von den Giganten des Universums vielleicht weitermachen möchten. Hast du vielleicht einen Kauftipp oder so? Also zumindest finanziell gesehen. Gelesen hast du es ja, glaube ich, noch nicht. Ja, es wäre mein, was lese ich jetzt als nächstes Buch? Also ich kann die Frage beantworten mit, ja, warte, dann leiten wir da gleich über, würde ich sagen. Dann schließen wir das hier ab und dann machst du mit. Aber ich hätte auf jeden Fall auch Bock auf die anderen Sammelbände, also ich habe auf die anderen Sammelbände auch von der Retrofabrik jetzt Bock bekommen, diese sieben, die du gerade erwähnt hast. Also ich habe da tatsächlich Bock drauf gekriegt, ja. Da war es ja auch so cool, ich habe das mitbekommen, als sie dann kamen. Und ich wollte aber unbedingt diesen ersten Sammelband haben, bevor man damit eigentlich irgendwie loslegt. Deswegen habe ich mir die anderen dann auch nie geholt. Und was cool war, wo immer so ein neuer Band davon erschienen ist, von diesen sieben Bänden, dann haben die immer zwei oder drei verschiedene Cover zur Auswahl gehabt. Also ein, eine so eine Standardausgabe und ich glaube ein oder zwei so Variant Cover, die total limitiert waren, dann immer pro jeder Ausgabe. Das fand ich richtig, richtig cool. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut angekommen, sehr gut gelaufen. Und ja, muss man mal die Augen aufhalten, offen halten, was dann da so noch von der Retrofabrik kommt. Vor allen Dingen, so viel können wir ja auch gerade nochmal hier sagen, die werden dieses Jahr, eine Hörspielserie veröffentlichen von Masters of the Universe. Und da freue ich mich zum Beispiel phänomenal drauf. Also die haben jetzt so einen Adventskalender gehabt im Dezember auf ihrer eigenen YouTube-Seite. Also da könnt ihr zur Not auch bei Retrofabrik mal einfach eingeben, YouTube, und guckt dann da beim Adventskalender mal vorbei. Den könnt ihr ja auch jetzt noch im Danuar reinziehen. Da bekommt ihr ganz, ganz viele Infos über diese Produktion der neuen Hörspielserie. Also auch, wann da was kommt, wie die das veröffentlichen, weil so viel kann ich schon verraten, das wird es nicht auf Spotify und Co. irgendwie geben. Deswegen da, guckt da mal rein. Das mit dem Hörspiel, da bin ich echt heiß drauf, muss ich echt gestehen. Definitiv. Ich auch, total gespannt. Ja, cool. Ich glaube, dann sind wir mit unserer Besprechung hier zu einem Sammelband, glaube ich, durch. Und dann würde ich dich mal fragen, Thiel, was du denn als nächstes lesen möchtest, weil du es ja eben schon so leicht angeteasert hast. Ja, also, wie gesagt, also dieses Buch hat mich halt echt so reingezogen in diese Welt irgendwie. Und ich habe Bock bekommen. und in der Tat hängt das da, also spielte das, dass ich gerade dieses Buch gelesen habe und dadurch so heiß gemacht wurde auf mehr und ein preisliches, ja, in Deutschland gar nicht so häufig auftretendes Phänomen damit zusammen. Und zwar gibt es ja in Deutschland immer mal wieder Situationen, wo ein Verlag ein Buch abverkaufen muss und dann entscheidet deswegen, die Buchpreisbindung von dem Buch wegzunehmen. Und das ist hier in der Tat geschehen mit den beiden Masters of the Universe Omnibussen bei Panini, also die Deluxe-Edition. Theoretisch gesehen könnte man sogar tatsächlich hier Deluxe-Edition zu sagen, weil es eigentlich im Original ein Omnibus ist und Panini hat den aufgeteilt in zwei. Aber gut, rein von der Haptik und allem sind das Omnibusse. Das Ding ist nur, dass DC die Lizenz verloren hat für Masters of the Universe und deswegen darf den Panini nicht mehr ganz so arg lange drin haben und bevor die vernichtet werden müssen, und also wird dann, das ist so dann die gängige Praxis, die Preisbindung aufzuheben und deswegen gibt es den, glaube ich, so seit zwei, drei Monaten auf unterschiedlichsten Webseiten für ziemlich gute Bundlepreise zu bekommen und da habe ich dann auch zugeschlagen und das ist in der Tat jetzt auch mein Buch, was ich sozusagen als nächstes lesen möchte, wenn ich, ich bin jetzt gerade noch an den Teen Titans von Geoff Jones dran, den ich das letzte Mal gezeigt habe, ich habe ihn noch nicht ganz durch, aber bin auf einem ganz guten Weg dahin und danach möchte ich hier dran lesen. Es gibt übrigens eine Sache, auf die ich mich total freue und da denke, da denke ich die ganze Zeit so, die hättest du mir mal sagen können damals, als du das gelesen hast. Ich glaube, dann wäre ich vielleicht schon früher drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob es im ersten oder im zweiten Band ist. Auf jeden Fall hat hier, glaube ich, auch Dan Abnett mitgeschrieben und ich bin da so ein riesengroßer Dan Abnett Fan, also. Also ich glaube, also wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist ja schon ein bisschen her, dann ist das glaube ich überwiegend der zweite Band, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue und ja, aber ich weiß jetzt schon, also, ich meine, ich meine, wenn es anders sein wird, dann werdet ihr hier, glaube ich, auch dann davon irgendwann mal erfahren, aber ich glaube, dass dir das sehr gut gefallen wird, einfach weil sich diese, diese beiden, Omnibus oder allgemein, dieser erste, der ist einfach so ein phänomenaler, guter Neustart, also den kannst du halt lesen, ohne vorher eigentlich irgendwas darüber gelesen zu haben, so finde ich, und das ist so, so sehr cool gemacht von der Idee, wie man das so einführt und dann geht's halt los und man hat sofort irgendwie Bock, also gerade natürlich, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat, weil man einfach weiß, okay, so und so, aber das, es macht einfach Spaß, und das, ich bin auf deine Meinung gespannt, wenn du, wenn du die, wenn du die durch hast. Das, da werde ich definitiv hier nochmal von berichten, wenn ich den durch habe, ich meine sogar von dir zu wissen, dass man sich an dem jetzt auch ganz, gar nicht so lange aufhält, weil mal, weil der, glaube ich, so einen guten Flow hat, dass man da ganz gut durchkommen kann. Ja, auf jeden Fall. Hast du, achso, ja, ja, sorry. Nee, 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 so dick, dadurch versuche ich persönlich, das durch Menge dann zu kompensieren. Also ich habe mir heute wirklich so einen ganz kleinen Mini-Lesestapel kreiert, der dann im Wohnzimmer liegt, weil man sich dann natürlich dann auch schon mal des Häufigeren auffällt und habe da drei, zwei, drei Sachen drauf liegen gehabt. Einmal die Freunde von Spirou, ein Comic, der Balkasen-Comic erschienen ist, der um 1943 spielt, den hat meine Frau zu Weihnachten bekommen von mir, hat den auch schon gelesen, fand den sehr gut und da will ich auch nochmal reinlesen, weil es ist halt ein dünnes Album, also ist jetzt nicht so, so viel und, ja, erzählt so eine, so eine Geschichte, die so indirekt mit Spirou zu tun hat, also spielt er nur darauf an und, ja, mal gucken. Dann habe ich noch Briar auf meiner kleinen Mini-Stapel drauf, eine neue Splitter-Reihe, die im Original bei, ich meine, bei Boom Studios erschienen ist, wenn ich mich nicht vertue, ja, Boom Studios, genau, und erzählt hier eine, äh, was wäre, wenn Dorn Röse nie Happy End bekommen hätte, Geschichte, und, äh, das sieht irgendwie auch einfach geil aus, irgendwie, finde ich, also es sind, werden drei Ausgaben werden hier und, äh, ja, will ich auch mal unbedingt lesen und dann habe ich hier noch von dem, äh, von, äh, auch wieder von Splitter noch einen Titel und zwar Maya, das erste Album, das Odins Blut, äh, diesen Band, äh, gab es auch vor kurzem noch über Kickstarter in so Special Varianten mit zu finanzieren, die Finanzierung ist aber durch, das ist jetzt gelaufen, ich habe jetzt einfach so die Standard Variante mir hier genommen und, äh, ja, das sieht auch mega abgefahren aus, allein, wenn man sich das hier so anguckt, auch mit so einem komischen Teddybär, Winnie-Poofer-Schnitt da drauf und wie das Splitter-Logo hier eingearbeitet ist in das Cover wie so ein defektes, kaputtes Schild von irgendeinem Fahrzeug, das sieht einfach genial aus und ich bin, bin mal drauf gespannt, was, äh, Maya dann so kann, also das ist jetzt so mein, mein Mini-Lesestapel, äh, irgendwie muss ich das ja mal hinbekommen, dass ich da, äh, nachziehe, wenn du da solche tausend Seitenklopper hast, das wäre, sagen wir mal. Du, äh, ich merke das immer wieder, Seitenzahlen sind relativ, es, äh, geht immer da, es hängt immer ganz viel, finde ich, davon ab, a, wie du Zeit hast und wie du im Flow bist, während du liest, ne, also ich, ich, ich hab das so oft, dass ich da irgendwie sitze und sag, so, und jetzt hab ich Zeit und jetzt lese ich und ich merke irgendwie, ich krieg nix hin und manchmal hab ich's genau umgekehrt, ich hab eigentlich gar keine Zeit, will irgendwie nur noch kurz vorm Schlafen lesen und zack, auf einmal hab ich 200 Seiten weggeballert, weil's grad so geil war und weiß ich nicht, vielleicht, weil ich, weil ich mir auch gar nicht so eine Erwartungshaltung das ist immer, ich find das immer relativ und klar, natürlich hängt's auch immer damit, äh, davon ab, was man gerade liest, ne, und man hat's bei dir ja auch eingangs gerade gemerkt, ne, du hast, äh, bei Zuletzt gelesen einen ganzen Korb von Sachen vorgestellt, die du irgendwie alle mega cool fandst, wo man richtig gemerkt hat, da brennt der für, ja, und dann ballert man die Sachen auch weg, ne, ist halt so. Das liegt halt daran, weil der Flow dann so gut da ist, ne, wenn da ein Titel dabei ist, der dich so ein bisschen ausbremst, ne, dann kann's natürlich sein, dass du dann auch gar nicht, äh, keine Ahnung, Bandnummer so und so oder Album, äh, zwei, drei, vier, was dann folgen würde, dann, äh, direkt liest, ne, weil du einfach denkst, ach ja, weiß nicht, grad nicht, ne. Ja, genau, es ist wirklich so. Ja, guck, dann sind wir doch auch für heute durch, ne, würde ich sagen, mit unserem Anliegen. Ich denke mal, wir haben das ganz gut aufgedröselt mit, äh, dem tollen, schicken Sammelband und mit dem, äh, Aran-Universum, was von dir da nochmal so schön präsentiert wurde da, ne, mit diesem, äh, mit dieser kleinen, äh, Map, die man gehen kann, um zu den Kriegen hinzugelangen und, äh, ja, vielen Dank, dass wir wieder miteinander hier quatschen konnten und, äh, ich danke dir. Wir gucken mal, was wir so gelesen bekommen, was wir uns demnächst mal wieder so als Thema ausdenken und, äh, ja, wenn euch, wie gesagt, äh, was das gefallen hat, ne, gerne irgendwie auf irgendwelchen Wegen, sei es bei Spotify, sei es bei YouTube oder so, gerne kommentieren, äh, na, lasst uns auch gerne Bewertungen da, wenn ihr, äh, den Podcast cool findet und, äh, ich würde sagen, dann hören wir uns an anderer Stelle wieder, Thilo, oder? Auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank an unsere Zuhörer, Zuschauer und, ja, bis zum nächsten Mal bei Zwischen den Panels. Haut rein. Ciao. Ciao.